Ja, hallo Freunde, ich hatte in meinem letzten Division Rivals Spiel bei EA Sports FC 24 einen ziemlich krassen Bug, den möchte ich euch gerne mal zeigen, nämlich nach einer roten Karte, wir starten mal, hier bekommt der Gegner eine rote Karte, die machen einen Freistoß und danach ist ein Gegenspieler auf einmal unsichtbar gewesen, nämlich auch noch ein Stürmer, krasser Bug. Ich habe das Spiel Gott sei Dank einigermaßen souverän gewonnen, trotzdem finde ich das einen heftigen Bug, wird man jetzt gleich sehen, da hat der Gegenspieler, ist unsichtbar. Ich habe keine Ahnung, ob der Gegner den Spieler auch nicht sehen konnte oder, ja, ist auf jeden Fall krass. Wie gesagt, es ist nicht tragisch, weil ich das Spiel, weil ich nicht 4, 5, 6, 0 gewonnen habe. Aber, wie man sieht, also, ähm, ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn das ein richtig guter Spieler gewesen wäre und ich deswegen das Spiel verloren hätte. Also, ihr Esports, bitte, bitte das korrigieren, weil, also, das darf ja einig nicht passieren. Gucken wir mal nur weiter. Da. Man konnte ihn halt eben immer nur sehen, wenn er den auch gerade ausgewählt hat, na, wenn er den nicht ausgewählt hat, war der halt unsichtbar auf dem Feld. Und das war auch noch der Stürmer. Passiert gleich nochmal eine krasse Szene irgendwie, äh, ich denke, da ist keiner, aber auf einmal verliere ich den Ball. Da, jetzt, glaube ich, ja. Ja, da wirkt es für mich jetzt so, als ob der irgendwie den Spieler auch nicht so richtig sehen kann, aber ich kann es nicht sagen. Trotzdem ziemlich krass. Ja, dann mache ich das dritte Tor und, ähm, wie gesagt, der war nicht gut und hatte ja da auch noch einen Spieler weniger, deswegen ist es nicht so tragisch, aber, wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie ich mich aufgeregt hätte, wenn ich deswegen das Spiel verloren hätte. So, 4 zu 9, jetzt ist, glaube ich, Schluss von dem Video, oder? Kommt noch was? Da waren wir da am Ball. Ich glaube, ich mache noch ein Tor, dann müsste das Video zu Ende sein, aber es ist echt krass. Ach, das fährt ja nicht, okay. War ich da für Chancenvorballer, krass, ne? Und das war, meine ich, sogar noch ein Aufstiegsspiel, also von, äh, jetzt Division 10 zu 9, ganz am Anfang bin ich ja noch. Da ist er wieder am Ball. Schon krass, ne? Da wirkt es für mich wieder so, dass ich, wenn man doch sehen kann. Ich habe keine Ahnung. Also, es kommt das letzte Tor, glaube ich, ja, genau. Ja, und das Video ist zu Ende. Ja, E-Sports bitte schnellstmöglich wichsen und, ähm, ja, so krasse Dinger dürfen eigentlich nicht passieren, finde ich. Naja, ich hoffe, das war ein guter Hinweis und bis dann.